Man merkt, dass es dir besser geht. Sie und Rita? Wir haben heute unseren ersten Jahrestag. Willkommen zurück. Dieses Jahr würde ich gern irgendwas anderes tun. Was denn? Wie wunderbar, dein erster Song. Yeah! Ale, es ist zum Kotzen. Er ruft mich jeden Abend an, sturzbesoffen. Luca ist nicht nur der Tontechniker, er ist auch der Gitarrist seiner Band, der Foster Wallet. Kennt ihr beide euch? Ja. Nein. Du denkst nur an dich, deshalb bin ich auf Abstand gegangen. Du denkst, dass du besser bist als ich. Ich hab einen neuen Job. Wo denn? Im Cyan. Jedenfalls ist das eine Möglichkeit, wie ich sie schon lange nicht mehr hatte. Wenn du möchtest, helfe ich dir gern dabei. Echt? Ja, für dich gibt es nur noch das Cyan. Bist du auch Fotografin? Schön wär's. Ich studiere es seit einem Jahr ungefähr. Bereit? Wenn wir zusammen spielen, dann passiert irgendwas. Und das möchte ich wirklich ungern verlieren. Er ist seltsam, seit er wieder zurück ist. Ich will wissen, was hier los ist. Was mit dir los ist. Dir ist es doch scheißegal, was geschehen ist. Sprich du mit ihm. Vielleicht hört er ja auf dich. Ale, ich will dir doch nur helfen. Das hat es sicher nicht jeder getan. Ich hab dich sehr lieb. Wie hast du dich entschieden? Ich glaub, ich werd für eine Weile weggehen. Vielleicht reise ich ein bisschen um die Welt. Entscheide dich für das, was dich glücklich macht. WDR 3. BR 2017 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2020 BR 2018 BR 2018 BR 2018 Vielen Dank.